Ein Zeugnis zu sein von, was wir sind, was wir gebast sind, was wir nur sind und wo wir in die Hand gehen. Das war ein Thema von dem und sowas. Dieser twaalfte Staub, wo wir reden dann von unserer Gemeinschaft, unserer Beziehung mit Gott im Gebet und zum Schluss ist ein Zeugnis zu sehen, vor Gott, ich sage immer, das ist ein wertvoller Staub, als die andere Alp sind. Doch, muss ich sagen, wenn wir die andere Alp nicht hören, dann hat das ein Zeug geholt, ja? Wir brücken dich. Aber wirklich, was Gott's Plan ist, ist, dass wir leben. Und die Gemeinschaft, Maram, und von der und oben, wir haben ein bisschen hier und von Wochewi, Wochewi leben. Wir haben nur Johannes Kapitel 7, Vers 38, ein bisschen geblieben. Hier sage ich dort, wer an mich gläuft, so ist die Schrift sagt, von dem sind Charpa, wo er strömt, dass lebendigen Wassers fließen, sagt er. Da war er strömt, wo er rittert an, nicht anders. Und hier ist neidig, dass wir uns ein Kronen aufdrehen. Wir haben das in der Klasse, also gehört, dass sie uns ein Vergebung, wenn die kommen von boven auf, von Gott, können wir sein, und wir holen, dass wir uns. Dann haben wir den Kronen Tau. Aber wenn wir die wieder anlaten, an dem nächsten Morgen, da ist es, wird es anfangen zu werken. Da ist es, wird es anfangen zu feilen. Und diesen Strom, da wollen wir uns nennen, von dem aus dem Obers. Wir wollen diese Klasse auf dort haben, dass, wenn diese Klasse durch ist, und alle, die werden gehorchen, die werden eine Freude haben, ein Zeugnis zu geben. Ich wünsche die Zeit verursachen, dass die China so feilen wird, dass sie ein Zeugnis geben wird. Ich wünsche uns, dass wir uns nennen, was Gott getan hat. Und jetzt sagt er so, wenn wir so glauben, als die Schrift sagt, dann wird das passieren. So nicht haben wir uns in Glaubenbriefen, wenn uns ein Wort schwachvollen, wir wollen nicht ein Zeugnis geben. Oh, dann glaube ich nicht, als die Schrift sagt. Ein Glaubenbeet ist das nicht feil. Ist das nicht der Fall? Und wir fingen viel vor, ich will bloß zusammen von dir reden, von dir, und die Zeit nehmen, um so eine Erklärung zu merken, von dir. Und das ist der 12. Stub. Die soll uns helfen, das ganze Leben im Leben zu holen. Und zeugend von uns Rada. Wir können sagen, zeugend von dir, wer es gemerkt hat. Und da ist, wenn wir so leben, so ist Gottes Plan, dann zeugend von dir. So ist, wenn ich irgendwo komme, am Freundschaft, ich sehe mir jetzt die Jüngste von all meinen Verfahren, ich bin ähnlich die Jüngste von der ganzen Platten-Friendschaft. Wenn ich irgendwo sehe, dann zei ich in der Dimmartseche von die Panasch-Stommen. Ha, wohnen Panasch. Na, Schäfelpanna sind noch kommen, schaff. All right. Ich zeug von Schäfelpanna. Well, someday, einem seht ich das mal. Er fragt, wie er, oh, ich sei, ich sehe Schäfelpanna sind sehen. Oder sind gerade sehen, mein ich. So ist es so, muss du nicht sein. Dann ist es wie in der Jugendjahr, wie er den Traumspot hat, wie er an dem Namen geben. Oh, das wüsste ich nicht. Ich wüsste bloß, die äule Liedschande, dem was Schäfelpanna. Ich dachte so, wenn ich würde sagen, wie ich es auch Panasch-Stommen sehen, dann wüsste ich noch nicht weiten. Ich würde sagen, Schäfelpanna sind groß sehen. Das ist das wie von Gott zu sagen. Wir haben von Gott dem Namen Brücken, was er hat. Und dort Brücken, was er daert. Und dort Brücken, was er woatet. Und dort steht, ein B-Nome geben. Wie tun wir das viel mal? Ich mag das manchmal zusammen die Rede von, so sehe ich das in das Grote Böck. Oder so ist die, was da boven ist. Warum werden wir nicht an dem Namen hier mal herstellen? Viele von uns Menschen geben dem ein B-Nomen. Von den Groten. Was machte den Groten, Frau? Weil wir erst gerade. Was meint das? So, wenn wir Zeugen, wenn wir eine Wahrheit Zeugen, von der wir uns gemerkt haben, ab so ein Weiches ernst gemerkt haben, und dass wir wirklich dort sind. Ich habe das hier gesagt, wenn wir wirklich Zeugen wollen, wenn wir bloß leben. Ich kann schon ein besseres Zeugen sein, das ist alles, was ich leben kann, wie sie kann dort, was Gott mich geeft haben. So ist Paul gesagt. Dort ist nicht, wer ich hier leben, sondern das Christus, was an mir lebt. Und ich habe das letzte Beispiel, was ich brücke, von einer Frau, und sagte, ich wünsche sie sterben niemals, sie bleiben immer. Und ich sagte, weißt du, weißt du, von uns gleich, was niemals sterben. Solange es die Welt ist, was dort leben. Dort kann es sein, dass ich herbe, was anders los ist, als er das hat. Aber das wird er immer zu haben sein. Du wirst fast, was ich meine. Und so ich meine, das seltsche, was ich. Aber das ist, was wir manchmal sagen, nicht, wir gehen in einen Menschen. Wir denken so, das sind gute Menschen, wir wollen auch Respekten. Und wenn ich wirklich sehe, was ein Mensch gut macht, ist das, was Gott gefordert. Ich verreide mich, was wir in den Rhein-Bereich hier haben, dass wir sind im Fleisch absolut nichts. Wir sind gefangen, genommen von dem Mörder, und da sind wir fast. Aber durch die große Gnoe Gottes soll wir leben haben. Und dort ist das Einzige, was uns in Leben hält. Und wo soll wir in diesen Strom nehmen? Zeugen davon. Wie macht ihr dort in uns Leben, und sogar nun noch, wenn wir Christen sind, und Zeugen davon leben, dass wir immer waren, kommt ans Fleisch, der Bierkruppen, wo uns weltweitlich melken, noch nicht. Dort ist vielleicht nichts, was du erlebt hast. Dort ist vielleicht mal langer eingebildet, oder wo weißt du, dass das wirklich ist. Dort kannst du das Fleisch nicht verstehen, und dort wird viel mal packen, nur was wir mit unseren Euren sein, und steht wirklich an diesen Glauben holen. Dort ist es, und ich mag, wie wir auch viel mal, dass wir werden schaden an andere Menschen. Dort mag wir hier werden. Und wenn wir schaden hier da haben, dann feilen wir das als erstes. Dort feilen sich die Bungen. Und wenn wir dort haben, dann wird es in Glauben, dass wir nicht gebungen sind. Wenn wir nicht für uns gebungen sind, wenn wir einmal was Fleischchen haben, das rückgekommen, Gott weit, dort habe ich Jesus geschickt. Wenn wir uns bloß einmal raten, denen wiederhaut, wie nichts mit uns Fleisch zu tun, dann würde Jesus nicht brücken hier sein. Dann würde der Herr ja jetzt hier nicht brücken sein, wenn es dann wie wir einmal geraten, dann fuhr dort. Bei uns, dass wir in Jesus geschickt haben, dass wir uns hier durch diese Welt halten. Und da will wir von Zeugen sagen, wir dürfen nicht bloß einmal sagen, Jesus so herrlich, Gott so herrlich, Gott so fern, Gott so herrlich, oh, der schöne Himmel. will das Wort wie noch keine Zeugen? Ich will hat es ganz doll, ich habe mich versinnigt. Und ich will die Seine, der Gottesgnode, komme ich weiter los. Dort sind Zeugen. Oh, wie sind wir manchmal so, wenn wir uns verschuldigen, wenn ich dort war, ich kann unge denken, dass ich eine große angewandt habe. Ich will sein, so ein feiner, ein guter Mensch. Ich habe so viel gut, dass ich nicht war, was ich habe. Fehler, habe, das ist kaum. Wer war Zeugen von, was wirklich Gott ist, genau das. Johannes, sagt in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 5, da sagt er, dort ist Jesus gekommen, dass er uns die Schuld wahrnimmt, wenn es ein armes Schein ist. Er nimmt uns die Sünde wahr, wenn er half scheinen. Und er weiß, wenn er in uns leben hat, dann geht der Sünde wahr. Er kann nicht mit Sünde auf ein Hort sein. So wissen sie Sünde an, die kämpft und uns von Bitten in der Well im Hort nähen, wenn Jesus ist, der Bernhard sagt er, nope. Ich sehe hier, Teufel, go. Ach, der Versch, in seltsch Kapitel, da sagt er, der Teufel sind dich, der hat von Anfang an gesündigt, und dort ist die Sehne Gottes gekommen, dort hat die Worte von dem Teufel von Verstehen. So wie weit wir haben kommen, da wollen wir von Zeugen. Ich will nicht bloß Zeugen , es geben, dat nicht beteet, und das so harrlich, und so fein, ich darf nicht mehr zin je, ich sie frei, ich kann beten, ich kann leben, ich sie alle Menschen gaut, ich habe ihr alle verjevt. Halbs und Zeugen ist das. Wir machen ein Tausch tun, dass wir fallen, und zeugen wie von Rütt kommen. Das ist ein Zeugen und das was Leben ein Christ hat und war sie zinnlos zu worden und der Welt hat und war die to to die 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 Das ist der Unterschied. Ich denke, dass ein junger Junge wird. Dann wird ein Nubbersjonges mit einem anderen Darbsjonges. Und ein Tag leg ich am Fenster und will es schlippen. Und dann kommt er und trägt er ab und wird ein paar Dalle-Jonges am Hof. Und dann will ich sagen, die Jungs, die da werden, will ich sagen, dass sie da verziehen. Und dann werden wir Angst haben, was wir jetzt geben. Dann wird einer von den beteenden Jungs sagt er ganz beruf zu diesen Jungs, die kommen und sagen, weißt du was? Die geliebten vielleicht, die sind Groot und wir sind Christen. Die werden uns kommen verziehen. Weißt du, was der Unterschied ist von einem Christen oder einem Weltmensch? Oder ihr? Der einzige Unterschied, was er ist, wir sind weg von uns, und wir sind da. Und hier sind wir nicht sicher, als wir als Menschen waren, von der und wir heran. Wenn es bloß eine Gnode, weil die werden gleich nicht vom Hof kommen. Das bloß, wenn wir die Gnode Gottes, weil wir Jungs, beteende Jungs, sind nicht geworden, so vertiehlt, weil die waren in Prager, das ist eine Gnode von Gott. Und ich wünsche euch mit dir. Und ich wüsste nicht, was ich jetzt für. Der Sohn würde ein Christ sein. Und er wäre so brav, diese Jungs, der ging er direkt am Trektar nach dem Foto vom Hof. Die wilde sich nicht an Christen anzugehen. Und sie dachte, Christen würden erstaunen. Und diese Jungs ist so klar, dass bloß eine Gnode Gottes, weil die, als wir die Gnode nicht sind, dann war die Jungs nicht vertiehlt. So, das ist ein Unterschied, als wir wirklich uns auf die Gnode verlassen, oder nicht. Weit ihr, das ist ein Schatz, was wir kriegen, und das ist, was uns die Freiheit machen hat. Ich versuche, immer wahr, immer wahr, und mutig zu sprechen, wenn jenen Kampf dann kommen, Zeug von dort. Nehmt dort nicht so, und ist der Teufel wahrer bei mir. Oh ja, nicht so, war er belädig, nicht so, war er doll, alle haben diese Dinge. Das ist nicht allein, was Gott uns schafft. Ich mag uns stark, ich sage manchmal, wenn du was in Oberer sein und du das nicht einbiet abheben, dann wirst du schwach. Wenn du ganz ständig machst, wer wir sagen, 50 Kilo, ihr Seigdrehen, dann kriegst du stört ihr Moschle, und dann kommt doch mal einmal weg, und bringt ihn 75 Kilo, ihr Seigdrehen, dann kannst du ihm fein heben, das ist ein bisschen schwach, ja. So der Gott mit all diese Chancen. Wir überzeugen davon, wie er überwinde, wie kriege Kraft, und weit ihr was, die Versprechung ist, du, ich werde uns niemals mehr geben, als wir drehen können. Kannst sonder, sorry sein, wenn du an Tieren, Menschen kommen, verspatten, verachte dich. Ha, das ist nicht allein, aber Gott mir hat. Nun kann ich seine Kraft anwenden, er kann ganz geloten sein. Dort sind Zeugnisse, dort sind das Leben. Ein Schatz von der ewige Freude ist dort, den Leben wird erwiesen. Ich sage mal, wie Zeuge werden, wer wird das Leben geloten, wer wird das in Strom bannert, Das Vers, was ich lese, das sage, wenn wir gelaufen, es ist das Recht, dann wird das ein Strom nicht mehr auszielen. Dann wird wir zu leben, dann wird wir zu leben, und wir hoffen, wir glauben, haben. Hier ist noch ein Vers, was ich in Betrag nehmen, Matthäus, Kapitel 10, Vers 32, Und hier habe ich in Betrag ein Bild gemacht, was wir können, und wir können in meiner Vers, das beenden, was hier bepaßt in das, ob ich habe es so gemacht, wenn ich nicht die jahne hier sehe, was ich zeugen will, und was mein Leben wiese will, dann wiese ich immer nur Christus, so ist das das, du auch nur Jesus, Jesus ist die Transformer, wo ich alle Hörst sehe, und wenn du irgendjemand wiesst von mir, dann ist das die Kraft von Jesus Christus schrie, dort ist das, was mir gerad hat, von mein Fleisch jetzt eck, dort ist das, was mir geholpen hat, zu überkommen, never wird, dort ist das Jesus, und dort verteile ich das, was der steht, und was hat die, die preis diesen Jesus, die preis diesen Jesus, und was hat Jesus, die steht, and be Gott verdissen. Der ist der Bove, die haben sie, das wir in Anfangs klaus hatten, der ist der Bove, die ist der auf einen feinen weken, makel, die stuhl, besieht Gott, ganz, jeloten hat alles an seine Macht. Und dann wird Gott an, hey, dort campten stroom nach noch die, sagt er weits woord, dort und ist dann die paren und geft dem kauf. Ich kann dem. Dem help ich laats dort die man lach ruht. Dem help ich laats über den kauf. Die vertelte to Menschen. schickt dem ein Engel und geft dem kauf. Wie wird ihm noch eine ta und die Kilo er sagt geben. Wenn es fieber sehend dich kann ich gut pohlen. Wie sind denn das in Strom? Na mal einmal kriegt es da eine Pana wo hier steht in ta und die Kilo er sagt zu drehen. Ups. Ist das der Teufel? Wie niemals so schwer warst. Wie man er nimmt aus das von Gott hier von Meier. Er hält mich würdig für Gott wisst das. Ja, ja, das wird die last mit diese Krof die kost Goud an die Kilo nehmen. Dann schreibt die Krof. Das ist so schwer. Das Teufel sein. No. Das wir fähemel können ich dort er kann er war. Allein mit Gottes Krof. Und das ist der Strom, wo ich nahan, das macht. Gäte. Und dem Strom kann wir sein. Das ist der Strom des lebendigen Wassers ran, der wir zeigen. Wohram fällt uns zu zeigen? Was flotter wie so, wenn wir zeigen sollen? Wohram leben in uns Fleisch und Gott weiter doch. So wer wir sind in Zeugen. Das bild sich mit von an checken. Aber das bild licken ans Fleischlich. Ich lebe die kost sehr klar mit Pfeile was wir viel mal tun. Wann Gott uns den taunt ich kilo in Saak mit einmal die after drehen wir uns noch mal schwinden an und check oh oh ja falls ich sei so fair ich Jesus schaunt wo ich das näher kommen. Ich würde sagen Das hilft ihm so viel. Und wenn wir beten, und er hilft ihm so viel, ich weiß nicht, ob er hat, die Hilfe hat. Wir checken bloß an den Trouble. Sind wir bekannt mit so einem Leben, dass wir da waren, wo wir treten, und uns ist Angst, für was wir nun war. Das ist doch alles anders. Ja, ich weiß, ich habe mich betiert, ich weiß, ich werde meine Sünde alle los, ich weiß, Jesus verjaffst mich, ich weiß, Gott ist alle Kraft, aber das kann ich nicht tun. Sonst das weiß ich nicht, was Gott meint. Ich kann ihn nicht verstehen. Worum? Wenn es wir kicken, weich von ihm. Und das Zeugen ist ein großer Ort, wo wir diese Dinge nicht erwacht sehen. Wenn wir an Zeugen denken, ich sage, ich gebe immer Maut, und ich habe es selbst bei mir so gefangen. Wenn ich erst wel weiß, dass ich wirklich überkommen sehe, für ich Zeugen da, dann brauche ich manchmal eine Tüte, was das sehr fleischlich denken. Ich weiß, dass ich besonders an Depressionen wäre, so bedreht, wie er dann dachte, dass ich einmal mehr werde, das hat alles geholfen, und ich soll vielleicht mal ein Zeugnis geben, aber ich dachte immer so, wirklich weiß ich das nicht, wenn es derzeit vielmals auf den Doel gehen muss, ich weiß, mal wach, das Fleisch voll, ich war ein Rauf, und ich war wieder zwei Wege wieder. Und dann war ich bei dir, und dann war ich mit Zeugen, weil dann auch noch was zu sagen, dann war ich, und ich wach, und wach, und ich war nicht, weil ich wieder, und ich denke, es war ein bisschen schwer, wenn ich da wie ein Mäste Tüte zeugen hätte, dann fange ich mir an zu schwer zu gehen. Wo ich das nicht merken, ich habe nicht noch zu sagen, das ist halt so lange zu tragen, dass ich weiß, das war ein bisschen schwer, was ich weiß noch ein bisschen länger, dass ich nicht weiß, dass ich geholfen sehe. Das ist, was vielmals passieren hat. Hier bin ich eine Brücke losgeladen, und glauben, so ist die Schrift sagt, dort streuen mir das Lebendige im Wasser zu fließen, dann nehmen wir einen Schreit, denn da bin ich nicht gestohlen, und sage, ja, Dankeschön für mich, aber ich will nicht sein, ob du auch noch wieder halb wirst. Dann nehmen wir einen Schreit, und hier hast du Zeugen, wenn du die an den Lebestrom nennen leidest, dann leidest du los von dem Struck, was du hast, und schwer macht. Dann kannst du am Strom nennen leidest, und das Glaubens, fast in Glauben, und wenn du dein nennen leidest, leidest du den Struck, bis du an den Kanten leidest, wenn du dein nennen leidest, und du hältst da fast, dann packst du dein Ohrmaus aus, und du kriegst eine große Wund, und dann hältst du danach fast, wenn es das Wurde sogar kalt. Ich muss wie klar haben, und wie losloot, und leidest du in den Strom nennen, und wann dem Strom best, dann trägt du dein Partner, und dann sagt er, komm, ich sehe den Strom, ich sehe los, ich vormeert, und weißt, das geht, das ist mehlich, das ist ein Ding, wor ich in aller Welt ruhe, und ich will nicht sagen, dass du so spüchst, nun habe ich es gemerkt, ich war niemals, war er zuppen, sondern da, das ist nicht ein Zeugen, ein Zeugen, das ist, in den Strom von Leben, ich sehe den Strom von Vergebung, ich sehe den Strom von der Leib, ich habe meinen Kronen ganz oben, ich sehe gerade hier, von deinem Gott, du hast mich frei gemacht, und dankeschön Gott, für die du mich frei hast, und du hast mich voll leid gemerkt, und diese Leib hat ich ewig, vor allem, als ich reihe, zu zeigen, von dein Leib, was ich das Momentchen zu reden habe, weißt du, was Menschen besiegt, sagen, na ja, nun glaubst du so ein Zeugen, und erst wirst du verrägst, der Mensch auf der Welt, nun glaubst du, die wunderbar, und so ist es von dir genut, weißt du, wenn wir wirklich los sind, da ist das Struck, wo du dann anhängt, und da packst du dann vielleicht eine Haare und verschrumpst, die war, worum das, du hast dir das losgeloten, dein olle Leib hast du losgeloten, du checkst du dort an, so ist es hier, wie es, deine Hänge hast du ab, und wenn die anderen, sag ich, nee, du hast dir gerade so ein Zeugen, auf deinen Regen, wo soll ich jetzt deine Hänge sind ab, yes, ich habe, aber hier sehe ich, setzt du noch ein Zeugen in meine Hänge, koste du noch irgendwas, das ist hier, so sehe ich es hier schwer, das werde ich alle losgeloten, sei mir, vielleicht habe ich noch ein Zeug, wo er irgendwo in ihre Hände hängen, wo er eigentlich feilen kann, wie es mir, den werde ich losgeloten, du kannst plötzlich, zeugen an ihm, und da wird die Kraft hier, und dann bist du weich, auf diesen Strom, losgeloten, du hast Binnen, das sind wirkliche Dinge, wir wollen vielmals nicht ans olle Lebe losgeloten, und wir denken so, jo, ich sehe nur groß, beteet, ich habe mich groß, mein Lebe, ich ändert, nur all sein, weil ich muss sein, auf das schafft, und dort ist, wo die Teufel uns anbellen, du musst sein, das schafft, und dann wird die da losgewiesen, auf das, oder nicht, ich werde dir so viel Zehens anstellen, dass die kann sein, auf das Schafft, oder nicht, und sage, auch, wie checken wir dich, nur dem Teufel, seine Zehens, wir brauchen wirklich losgeloten, und ruhig zu folgen. Ja, noch ein Vers, was er sagt, wo ich nicht sage, wo der ist, ich habe mich dort nicht abgesagt, aber er sagt, wenn ich den Eindkrieg aufsicht nehmt, und folg mir, dass es nicht wird. Und das Vers, brauche ich vielmals für uns, Männer, nicht, wo wir vielmals bene sind, dass wir niemals Eindkrieg auf uns, ja, ich sehe, verlorene sind da, und ich bleibe durchstehen, und verjere Jesus zu folgen. Er sagt, wir brauchen ihn zu folgen, er ist nicht in Jesus, wo er stell hält, er ist in Jesus, wo er uns im Möwen bringt, im Wagen im Himmel, und er braucht wie zu folgen. So sieht man an Zeugnis. Er hat in eine Klasse, wo er von Staub beherrscht, wir nehmen Jesus an, aus uns Rade, und dann bleiben wir da manchmal stehen. Wir wollen ihn annehmen, aus uns Heiler, und wir wollen ihn annehmen, aus uns Licht. Und dann ist es auch noch aus Haar, was uns Leiden, das Verweig. Aber wir können uns zeigen, wenn wir ihm aus Arara einnehmen, und wir können uns zeigen, zu Menschen, dass wir sind ja Raad. Na ja, aber da bist du noch vor all der Olle Weide, was du da machst. Oh, da will ich noch um Heiler gehen, dass ich mich haupt von dort. Kannst du sein, ich habe noch eine Heile Baternis. Ich rede noch manchmal davon, da wird das an, das so. Weil ich kann Sorge von dieser Raadung. Und dann kriegt die Heilung, und so geht das Staub verstaub wieder. Heile Leitern, das ist ein Strom, das ist nicht bloß, ich sage mal, in der Türke, in der Bede, wir gehen in der Bede nach in der Sabadeur. Das ist nicht so, das ist ein Scholl. Wir sind die Müwen, wir sind die Moralen. Streime, das ist lebendige im Wasser, das war der Rane, das ist ein Mensch, was erzeugen hat. Das ist, wir leben, das ist. Weil ich in Klima in Einzelheiten nach so einem Ding verteile, was erzeugt das? Und vielleicht würde ich sagen, das haben wir schon mal Zeugen zu tun, das ist beden, aber für mich ist das Zeugen. Weil du als Vater hast eigentlich in dein Leben gehad, in Bettanis gewaast, oder in Zuppebes gewaast, oder in was auch immer. Und du kriegst mal einmal das Licht, das du kriegst eine Leisung zu tun. Dann kost du für die Familie das Zeugen als ein Vater. Was kost du dann? Ich rufe dann, kriege deine Familie zu, und du was von alle da hat, was die von 20 rauf sind, oder von 40, 50 rauf sind, wo immer du bist, oder von 5 rauf sind. Aber wann du bist, in der Leisung, da warst, da hat es klar, dass dein 5-jähriges Kind all Beschädigungen aufgetreifen. Und so ist das von der Mann. Diese Beschädigungen sind da passiert. Dann würde wir sagen, na jo, dann geh wir noch Christus und wir kriege eine Vergewung, wir nehmen das an und sie verjift. Dann sind wir frei, nicht? Aber was das, wenn du nicht Zeugen ist, dann fangen sie an zu twiweln, ob das so ist. Wenn du was vorzunehmen, kriegst deine Familie zu, die erste gelegenheit wurde gepost, die hast du ein Zeugnis. Und so ist die, Weet ihr was, Weet ihr was, Weet ihr was, Je weite dort alle, dass ich in Dala papabe. Ich habe jen so viel mal uitsgeflecht und dann die Zeit und die Grunst und veracht wie ich in der Arbeit. Dort habe ich alle hier getan. Weet ihr was, Mies dort betterlich leid und ich will jen dort vertellen. Ich sehe, mit diese Wort an mein Wort, mit diese bitterness und Angst wat ich da hat, wo ich immer nicht controle habe, hat sie, ich noch die Reeds Jezus Christus und ich will jen dort sagen, ich habe Jezus Christus in mein Wort ningenommen aus mein Leiden von mir an und ich sage, von mir an ganz andere Papache. Das soll bloß ganz anders sein. Allein durch die Gnode von Gott. Und ich sage in die Bibel, wenn wir geliehen als die Schrift sage, dann wird ein Strom von Leven geboten verfallen. Und weet ihr was, Tinge, das ist, was ich berechnet habe. Gott wird durch seine große Leid, meine Kraft geben, die Leid zu regeln. Kann ich mich vergeben? Ich will nicht mehr so sein. Nun koste nehmen, voher die Hände open, beden, und sage, Gott, ich sehe die so dankbar, dass du mich hast, losgeholpen von das Allah. Und Gott, du weißt, wo ich die ganze Familie bescheidigt habe, mit die Eke Natura was ich gehört, die Ehe sind, was ich gehört, Gott, du hast mich losgeholpen, was du mich helfen, von Deon, von Samaria's own, jeder zu sein. Ich will meine Jungen, die nicht grinsen, wenn die Trübel hat. Ich will die Leid und die mit den Trübel rüten. Ich will meine Dachten, ich will mich bedanken, wenn sie so fijn als helfen, zu abwischen. Wenn du das was in Bede und an Frauen, und wirst du meine Dinge, meine leid Dinge, die du mit gegeheft hast, wirst du so genedig sein, und die leise von die beschädigung hat er an zu tun. Die verwunden hat was er und angst hat von mir her du der geme hat die leid geben. Das ist ein Zeugnis von Jezus. Weiß was da passiert und was? Die jongens waren der im Dach wo sie check was da pannier. Wo sie wo vielleicht ein reif verschnieden. Wo sie hat trübel. Wo walt ihr das tun? Vielleicht wird die reif los. Wenn ihr wollt, nehm die den getrocknen, bevor ihr dort die Perlen wird, ich will ihnen Geld mitgeben. Was passiert? Ein Zeugnis von Jesus. Das ist, was er kommen kann. Ein Gericht, so können die Mames das tun. Und nicht plus das, so können die Jugend das tun, wenn sie zu sind. Sie können so ein Bechantnis das tun, ein Zeugnis geben. Und wenn sie alle ihr schlure, zwei weg, dann hat die Teufel den Allware gebungen. So sieht man in Vorder. Manche in Vorder denken so, naja, nun ist ich los, nun habe ich bloß die Kinder auf die Wiese, ich kann nicht mehr da sein. Und wir hätten ein Zeugnis geben. Die Jungen sind nach ganz ständig in Angst. Und die merken ein bisschen anders als Papa. Und ich wundere, was die im Krieg geworden ist. Und wir rotierten mal ein paar Wege, und da fällt mir alle, das ist noch schön passiert. Dort waren wir alle Leben ohne Zeugen. Das ist ein von den wichtigen Dingen, was wir Brücken tun, tun wirklich, Jezus in Valendon. Und weißt du, wir finden viele Vers, was heißt sein, der wird wie selten die Botschafter sein, verarmt. Man muss eigentlich kein Vers finden. Hier ist ein anderer Vers, was ich will lesen. Der 2. Korinther 5, 21, sagt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die für Gott gilt. So, das ist noch verdammt. Dort, wie wirklich erkannten, er hat diese Sünde alle wahrgenommen. Wir können die loswerden, der ich dort, was er an sie geeft hat. Losloten. Und 2. Korinther 5, 20, das ist ein Vers, was ich isch will sein. Das ist ein wertvoller Vers, was Paulus seien hat. Er sagt, wie er ein Botschafter ist in die Welt. Das ist, was Paulus von redet. Wenn es wir gerne durch Jesus Christus seine Kraft, was er an sie geeft hat, und an sie Kraft, jen die Sünde, sind die Botschafter, an Christi seine Städte. Und das ist, was er an sie gesagt hat. So, wir sind wirklich Christus seine Botschafter. Die ganze Welt kann seine Bibel besser verstehen, als die, was du und ich leben. Jene, Jungen, vor der, was ich gerade sehe, Diene Sehns, die war ein keimel beter Jesus seinen, als wenn die so ein Zeugnis das macht ein Strom. Wo die Jungen gleifen, was die gebet hat so morgens ist, doa, wo sie die Reif zwei hat, und was die dann doa. Das wurde ganz klar. Hier ist eine allmache Kraft. Mein Vater, wie ich immer da, und ich auch, wenn sie heute wieder, und ich auch, dein Sehns, wie ich mich kann, beschützen, für die, wenn sie doa, wird es sein. Wenn sie so leid, schräg ist es sein. Und weißt du, das ist, was vielmal passiert, das ist in die Jungen, das ist, 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 Respekte. Und wir bräuchten das loszuloten, und du hast eine Kraft. So ein junger ist dort, wenn der muss einmal die Kontrolle loszuloten, der nimmt diese allmache Kraft, und fangt an zu zeugen in sein Leben, dann wird sie gehen, oder, fuhr er weg. Fuhr er kann alleine 40 Jahre sein, aber er ist immer so hart. Ganz abends vertelt mir einer, wir haben ungefähr 35 Jahre schon jung, sehen, jung wäre er vielleicht nicht mehr am Morgen. Dann sagt er, dann sei erst noch sein Fuhrer gegangen, halbmal die Kontrolle losgenommen. Er jenkt mal einen Tritts und leitet seine Eckkontrolle, er hat sein Fuhrer vertieelt. Er wird wieder gestärkt von Thuss, wo er dacht sein, wo er tot beruhigt, wo er die allmache Kraft Gottes übernommen. Dann ging er noch mein Vater in Bidjan und zeug von dem was passiert war. Mein Vater stand dort nicht. Er generiert auch seine Kontrolle. Da wird er auch anders. Er nahm er ist die allmache Kraft. Das verzeugen das. Warum er nicht zeugen? Bord es erreicht, dass wir nicht er zeugen. Wir fingen noch ein Versch, was Paul sagen er hat, er sagt, die Leib Christus dringt mich. Wenn die Leib stopt, quatscht den ans, dann kommt die boven rütt. Dort ist die Leib Strom rüttet. Die direkt mich vom Bann so sei. Mann, ich kann ich allein er zeugen zu meinen Sehns oder den Obersch oder zu allem kann ich ein Zeugnis sein und dem Herrn preisen für was ich tun habe und ich kann danach ganz oben sein und ich darf noch nüch sprechen nicht mehr. Ich kann bloß sagen was passiert ist und wenn ich wieder in mein bliff brauche ich nicht. Wenn wir Menschen sind dort sind und seien hier kann meine sind alle ober gemerkt ich alles bechant ich habe Jezus an genommen und sieben niemals waren wo ich das tun hat ich alle klar wenn das habe kein gefütter rütt. Dann frage ich mich mal wo weißt du dass du nicht durf zuppen ? Na das habe ich mich ganz fast vergenommen. Okay go. Hast du niemals eier? Na jo ich habe mei aber das nicht aber ich habe es ich frem mich so wenn wir da haben doch kommen und sie mal sagen ich nicht ob ich war. So es mir das hier geht ich nicht aber ich glaube ich weil ich kraft ich beleven mit Jezus Christus weil ich die kraft ich nicht die will halten ich nicht weil ich mich so ver ver als ich ganz kloge krei habe dass ich die Gnode Jezus kriken kann dann wird mich nicht an sie befehlen das sind ganz andere Zeugnisse als auf uns versprechen ich wohn ich mehr so sind wir immer wie tun wenn wir Zeugen kriegen so weil wir bloß Zeugen von Christus nicht von uns selbst nicht noch in Benomen geben weil wir wirklich von den rechten Nomen Zeugen Gott selbst sagt wie seine Botschafter sind und das Leben von der Gnode Christi noch ein Ding was uns mut zu zeugen wenn es wirklich Gott und Jesus die sind beide nicht hier zu zeugen sein in hell den Jes gescheck was der uns zeugen hat so dort ist wo Gott so viel kraft hat dort ist wo Jesus sagt wenn die me waren betanen dann war ich gut betanen vom himmlischen vora so er macht es auch für uns dass wir wirklich können dort tun was Gott sehen was die kraft ist betanen das in Strom. Und er sagt, wer von Abend geboren ist, der hat nichts in dir. So, wenn wir in diesem Strom sind, wo das ein gewahrer Geburten bannen ist, dann kommt da bloß ein Stromfall, lebendig Wotter rührt. Ich habe das Beispiel in einer Klasse von dieser Bödel Wotter. Dort Wotter, der lebendiger Strom ist stark, ist der Lauf, so ist Gottes Kraft, stark als der Teufel seine Macht. Gottes Kraft hat immer weg. Und das schafft ähnlich, was ich sehe vom Wotter. Wenn du eine Bödel Wotter hast und du speckst du ein Lachchen an, du wirst du ein Lauf nennen schiffen, was hat dein Lauf? Du bödelst einen Hecht rührt. Du kannst du nicht bei uns blieben, so hat das Sinn. Wenn du wirklich abgefällt, was du mit diesen hellen Jästen, mit den Früchten des Jästen, dann kann der Teufel, dann kann deine Sester, dein Bruder, dein Kind, dein Vorder, kommen und knallen die einen Lachchen an, so ist die feilt, der hat die Vergrünsten nicht gedammt. Das burrelt da boven rührt. Was? So sie glatt sieht von einem Kammbein, der weite, wo das Strauch anhebt, wo das Zot anhebt. Du hast die Weisheit, du hast die Lauf, du hast die Vergewung, du hast das Allatum, das repäern. Du kostet in den Eindeilen, das Bild, was ich habe von meiner Frau, wenn sie sagt, was verjagtst du immer, was ich vom Sturbestall, da wurde immer der Haag wieder rührt. Bach. Da ist das Lauf, was anhand ich habe, das Burrelt da boven rührt. Das andere kann ich alle nehmen. Zeugnis von Christus, Zeugnis von dem Leben, der Strom, wo wir bei einer Leben können. 2. Korinther 4, 4, 15, Jesus Christus, das ist die Starbe von mir, und er hat mir das euer Leben gegeben. Das will ich uns sagen, wie er die Befehl der Wesen mit mein Leben. Das ist noch ein Vers, in Matthäus, Kapitel 5, Vers 16. Da sagt er, Lass die Licht dachen, dass die Menschen, die Gäste sind, und Gott pressen. Das war das Lebenssturm. Lass die Licht dachen, was ist Licht. Weet ihr was, wenn ich so lange noch im Licht sehe, dann dache ich. Das ist noch ein Vers, was er klar wird bringen hat, in Römer, Kapitel 8, Verschall. Da sagt er, wenn das jetzt, was Jesus dort in Israel mit dem Grauf rührt, holt, wenn der in die wohnt, dann wird der selbst ja jetzt den Stoffel, der scharper, lebendig machen. Der wird dachen. Ich sage mal, wenn wir uns einig, wo er so fleischlich auch gesteckt, als von dem Teufel, wenn wir wirklich das und jetzt in uns wohnen haben, dann wird er einmal erst ans Eck geprogrammt von diesem Jahr. Das ist echt nicht verstehe. Das ist, was Römer 8 aufsagt. Dann ist mein Fleisch jetzt Eck, wo er erst gekontrollt wird von dem Teufel, dann wird er einmal zittert, nun Christ. Du kannst ihm sein Fleisch jetzt Eck nicht mehr rutschen. Du kannst ihm dumm sein, das kommt nicht über dir. Du kannst ihm belehen, das kommt nicht über dir. Warum nicht? Wenn es der Jesus unterbär und er mag dann leben dich. Er ist beschätzt und er ist ein Zeugnis von wer Jesus Christus ist. Wie sind er vor dem Zeugnis aller Seine? Wie war er anders gesonnen? Ich weiß nicht, wie viel geht das Brücke, aber das Wort manchmal gesagt, der Mensch hat eine Seinesänderung gemerkt. Wie kann er sein, der Mensch ist wahrer geboren? Oder wie kann er sein, der es betiert, das ist ein Ding, was passiert dann. Der hat ein anderer Leben. Der wird von das, was er drehen. Ich sage manchmal, der hat ein anderer Motorbahn. Der braucht ganz andere fuel, was der ist. Der hat ein anderer tank, was der beat him up fällt, als ist. Und der Drift. 2. Korinther 5, 17. ist wer in Christus, der ist eine ganz neue Mensch. Das ist eine ganz neue Kreatur. Wenn wer in Christus ist, der hat geändert in das, wo wir können von Zeugen. Und da wollen wir von Zeugen. Wir wollen nicht lang warten, weil wir dort leben fort, weil wir uns in den Strom nennen loten, wo wir mitschwammen in das Leben. Wenn ein Mensch sich beteerend hat, das ist zu seinen. Das kostet ihm an je seien. Weet ihr was, wann du beteert was, und du warst, und du warst, das hat wir auch an seien. Ich frage ich noch mal, wer ist die, wie ein schwer sein, und so ich rede viel von dem, die haben so viel geleert, und von dem kann ich nichts verstecken. Wenn wir dahin gehen, dann frage ich dann, Dad, was mit die harre? Bist du mit? Nee, was? Was hast mich? Na, das war harre. Sind ich mautlos? Die hat nicht viel blumen zum verholen. Die kommt direkt rütt. Ich fremde manchmal das tun. Ich soll manchmal sein, wenn ich nicht me , ich sehe nicht, da mache plus die hand for , so, dort geht zu seinen, he chant me. Das ist immer meine Frau. Ich brauche manchmal das Spos, wenn meine Frühe sage, mir fehlt unge zu spritzen, dann weiß ich, dann sie nicht und stört die grundsicher warst. Da wollte mich nicht mehr rüben. So 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 frühe die kleine Kinder und ich war schmacksam die unge spritzen, da hat meine Frühe nicht schaft ich sie ne sie sagen sie nicht ist dort aber ähnlich sie gleich von er geschah man wird so meid wie sie nicht so schaft ich check dann fehlt mir wieder mein bei und zu spritzen aber Jan Präger sie dann fehlt wieder mein bei kann die dort ich will kort nach ein Zeugnis geben von mein ein Leben dann will ich schluss merken mein kann ein beit reden von meine Becherung meine Zennus Änderung Ich hatte all my ei do und ich will das baren dann ich jung wie ich in so die ries leben und von so jung mein Papa starfte und ich 12 joh wieder und das scheint so dass ich nicht weken ich lang bloß ich will groß sein ich will auf ein gos sein und annalich hatte ich ein hoog mit an ich dacht so ich will so jung sein dass wenn ich mich beit bittieren dass die ganze kolonie sich würde freien so dann weit an je fern wo ich und ich ging in sehr viel riese ding nennen und ich dachte immer so wenn ich würde mit sein dann würde ich mich bekehren und dann schaue ich auch und ich war mit dem meid ich habe mich verlaufen ich habe gestohlen ich habe gesuppen und ich habe alles das riesige Leben geduhen und mir ging schlag und schlag und schlag und die Teufel nahm mich so boos ich meid das geht nicht viel jahre aber ganz ecklich meid mit mein Leben und eck dacht ob er so eck wie noch mit junk wo ich das tun ob schlusslich sam von meiner fremden die wolle sich betieren seht ok dann will ich juck ich seht doch kein meid mit mein leben stück noch mal öt von thus wie in stück fach kam ein hüß ganz verplecht versuch so steil näher so der Flur soll nicht knoster wie halb flur eck trakt me bitte all der schau ut da eck boah vor den end gön und der werd ich nicht meid feile noch die 10 min die opmerken dat ich ganz nev nicht soll knoren und so stück ich na ganz bad in bad bad die meid lang n krippen wenn es soll nicht knoster dann sich endlich im bad wie dann scha gong stel dann sag sie me do bad dann rop sie change dan is to in roer los do change min broder en na las ek den wat ek laatst vertel wat ik middag geweten hod die change die schmuit sik op min op in roer en sê dan sie ek schuld dat u nie was to sam hab ek di wat j doen dat moment waik min lewe nicht viet do kom god en pak mi arm at sin leib en weis mi wie er wie ober ek wir hort ek kon nich reden ek wenscht ek kon wat sein ek schrie ich in min hort dat kline junkie wik ma mal sei dat schrie ich no god halt mi ober teufel packt mi an die best stel en ek bleef stel schlusslich min min ober schwestern min mam die teufel teufel schrie 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 me ryan brud am mor reden dut die chie min rèd māt 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 Ich sage, ich kann euch. Ich habe versucht, das Jehnt euch, für mich ist ein Genud. Und ich bin mit mir, ich kann euch. Ich habe das wieder, ich habe das wieder. Aber ich habe es ein Wort, ich habe es schon, was ich mit mir zu tun? Ich habe es einen Zangerhaut, ich habe es mit mir, dass Gott klo hat, dass er mich mit mir, Ich wollte mich nicht kontrollieren. Ich war sehr kontrollierend. Ich war klar, ich wollte alles kennen. Aber einmal war ich allein lege in den Wort. Ich wusste nicht, wo wir gehen. Ich dachte, für mich ist das bloß nicht rot. Ich habe alles betaunt. Ich habe alles gefragt. Ich habe Predators gefragt. Ich habe meine Mutter gefragt. Ich habe meine Mutter gefragt. Wie kan ich das tun? Ich habe alles gelebte. Ich wusste nicht, dass ich nicht gelacht werde. Ich bin nicht gelacht. Ich bin nicht frei. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe meinen Geld anубftetmenschen. Ich höre aus, was ich meine Kleine tunte. Aber ich muss einmal nur sagen und sagen, Gott, wenn ich dann halte mir, dann mache ich. Aber du weißt, dass mein Verlangen hat. Mein Anhalt hat, dass mein Verlangen hat. Aber ich muss meine Hand geben, die halte, das ist mein Lohn. Aber ich weiß, dass meine Hand da ist. Ich sag, dass meine Hand da ist, dass mein Kletcher ist. Aber ich glaube, dass mein Verlangen hat, dass mein Verlangen hat. Einer, das ist mein Geh-Einheit. Aber ich denke, dass mein Verlangen hat. Ich glaube, dass mein Geh-Einheit hat. Ich bin ein Verlangen hat. dann rutsch mir als ein Weichsus in die Waldjof treten. Dann feilt ich nun all den Heimel bekanen, wenn es nie wieder das Wort hat. Und ich weiß, dass noch gerade bei anderen mir mal einmal sagen, was mit dem Jungen passiert, die hat ja alles bekannt, aber einmal checkt die ganz anders. Das ist ein Zeugnis für Gott. Das ist was er kann tun. Ich sage, wenn wir glauben, dann habe ich ein Samenkuhntje, dann habe ich die Beu versaten. Das ist was da passiert. Ich habe ein Onja in mein Duip in mein Hort, mit einem Samenkuhntje, wo da warst. Gott sitte, das wo die Beuich war gerutscht. Wer wird beden. Himmlische Vora, ich dankte und preis dich, kriegte das Moment, was du da ist. Hier, du hast mich so klar gewesen, als ich ein junger Jungweer und mich so schrecklich verzingeteilt. Hier, du weißt, wie hochmütig ich war. Wo viel Fleischeslast ich hatte. Ich wurde ein Dief und ich luch in hart. Du hast mich geraten. Du hast Jesus geschickt und das Ola uitgestrickt. Himmlische Vora, ich seh dich so dankbar für. Beher, du weißt, dass mein Leben Lothar noch viel muss, um Diestre, wo er warst. Wo ich wachdreht von dir, dass mich da noch war er halbe. Himmlische Vora, ich bete, dass jeder deiner das seine wird, wo gnädig und wo leiftholig du bist. Haar, dass wir die Leib entzeichnet für dich. Und es steht wie marten himmlische Vora. Wir sind so dankbar, dass du uns diese Geleinheit, diese Ede gegevt hast, dass wir hier im Himmel rekenne, teil sein. Und du sagst, wenn wir wirklich glauben an diesen Sehen Gottes, an den Sehen Noben, dann tja, wie weit das wir an, dass Rick Gottes teilhaftig sind, in himmlische Vora, weil uns, glaube ich, manchmal so erstes ein Samenkundje auf die himmlische Vora, die nehmst da an. Und ich sie so dankbar, ja. Und ich bete von dir, auf jeder einer, wie das heet, Haar, dass die die eine große Leib würde annehmen. Und dass die würde wellig sein und die Freude würde kreien, um wirklich in den Strom des Lebens nähen zu gehen, wo er Jezus selbst von uns ansteht wie die himmlische Vora, Haar, ich dank und preis dich, in Jesu Nomen. Amen.